Wie schwer darf ein Furz sein? Null Gramm, sonst ist es scheiße. Da war nix? Doch, zum Bombenmaterial. Was machen wir mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Es gibt drei große Klischees über Models. Dass sie nichts essen und dass sie dumm sind. Das war richtig gutes, geerdetes Material, aber irgendwie. Ich dachte, ich bring mal ein bisschen Mix rein. Hat es mich nicht gepackt.